Hallo, hier ist EuropaBox28 zu einem erneuten Video von World of Tanks auf der Xbox 360 und ja, sehe einen Test aus, ja das Spiel ist in der Beta-Phase, in der Open-Beta und ja, wer sich registrieren will, der Link in der Beschreibung für die Beta oder das Spiel kommt offiziell erst im Oktober heraus. Der Panzer, wo ich gerade fahre, das ist ein PZ-S35, das ist ein mittelstarken Panzer und ich bin nicht gut in dem Spiel, vor allem wenn ich aufnehme. Der Panzer wurde aus, bspw, und ich bin nicht beherren, ich bin nicht beherren, es geht hin so weit. Dann bin ich aus, ich bin nicht beherren, sondern ich bin nicht beherren Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben einen einzigen Kill Und unsere Pornse ist schon weg Boah, der mit der A-Tellerie Es steht zur Zeit 4 gegen ein bisschen mehr Leute im Gegenteam Hier hat eine kleinere Artillerie, glaube Wenn das überhaupt eine ist Und schon vorbei die Runde Der Soundtrack ist geil, oder? Die Statistik, die kommt erst Wenn die Vollversion des Spielsitzes herauskommt Oh, noch nicht verfügbar Premium-Kauf Das ist ja auch nicht verfügbar So oben rechts sieht man, wie viele Leute das gerade online sind. Ich glaube, ich kann oben rechts diese stellen, das sind die Erfahrungspunkte. Das heisst, umso weniger Erfahrungspunkte, umso weniger kann ich kaufen und ja, etwas trinken hier. Es ist Zeit, umso mehr Zeit, umso mehr Zeit. So, die Die Endpanzer haben auch schon Schwierigkeiten, in diesen kleinen Hügel hochzukommen. Aber ich finde, sie haben das Spiel relativ gut hingekommen, für das, dass es eine Konsolenfassung ist. Vielen Dank. So, ich fahre jetzt einfach mal dem anderen hinten nach, da, da vorn. Ob das sinnvoll ist, ist immer noch eine zweite Frage. Ich stelle zur Zeit noch unentschieden. Auf was schießt denn der Junge hier? Auf was schießt denn der Junge hier? So, der andere Typ ist weg. 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 Oh, der andere Typ ist weg. Hallo, wo bin ich auf der Liste? Hallo, wo ist mein Name? Hallo, wo ist mein Nickname? Hä? Willst du mich verarschen, wo ist mein Game Attack? So, wir sehen uns in der nächsten Runde von World of Tanks wieder. Bis dann!